so gut gespielt ja vielen dank und willkommen zurück willkommen zurück zur let's play live show schön dass ihr da seid ja wir spielen jetzt die crew das war das war es jetzt erst mal mit wander wir werden es auf jeden fall noch mal spielen also wander werden wir auf jeden fall noch mal spielen wenn jetzt dann irgendwann patch wir warten da erst mal mit ab dass da ein patch rauskommt und alles und dann werden wir das ganze noch mal wiederholen das auf jeden fall weil ich möchte euch das gerne noch mal zeigen weil es war interessant ist auch cool irgendwie höre ich mich gerade selber und ja wir spielen jetzt die crew wir machen heute ein paar lieben matches mit meinen kollegen den lieben rené den herrn bananenbrot und den consumer central die müsste die normalerweise wenn es eingestellt haben eigentlich auch hören wenn sie in der party umgestellt unterstrich bananenbrot auch nicht ganz so gut wie der liebe flex genau und dadurch dass und dadurch dass auch wie gesagt wann jetzt auch abgeschmiert ist habe ich das jetzt erstmal auf eis gelegt kommt aber wieder dürft euch freuen werde ich auf jeden fall noch mal spielen hier in der let's play live show nur wie gesagt jetzt mal jetzt immer wieder stream neu starten und wieder dinge aber wir werden es wie gesagt noch mal spielen ich muss dauernd an cosmo und wander denken um ehrlich zu sein aber ohne spaß es ist irgendwie wie gesagt das spiel hat was kann ich kann es nicht beschreiben ich kann nur sagen es ist so dieses unerfahrene erkunden finde ich total cool sag mal bin ich auch noch mal bei dir oder hast du mich gelöscht bitte was ich wollte sagen wie du da hochschwimmst das machen wir noch das machen wir noch versprochen banane wieder was zu trinken holen ich bin gleich wieder da der liebe okay ich glaube ich glaube rené muss gleich die mikrofon ein wenig erhöhen lautstärken ich glaube ich bin stream ich glaube ja so flexi war ich nicht mal mod flexi bärchen ich glaube flexi bärchen war ich nicht mal mod es kann sein also stream also so ich glaube jetzt müsste es wieder mod sein so ja willkommen zurück wie gesagt nicht wundern ich habe geswitcht bitte mal raus jetzt morgen arbeiten viel spaß noch du musst morgen arbeiten nein nein haus drinnen tust tut mir leid ist tut mir leid ist das morgen arbeiten das ist das denn was soll das denn was ist das für eine kameraeinstellung gewesen bitte nein das habe ich nicht gemeint schön die wanne vor der flasche das habe ich nicht gemeint so wir werden jetzt wie gesagt ein bisschen in der liga umfahren mit unserer crew und in jetzt habe ich meine usb-stack auch wieder drinnen jetzt muss ich mal eben prost auf brückentag jawohl jetzt muss ich ja gut ja gut da ja gut da ja gut da so ich werde mal eben nämlich musik einschalten damit ich ein bisschen trallalala habe auf ohren ist vielleicht besser ich denke schon reicher wand und schlank ein bisschen ganz minimal ich warte auf den ersten patch ist vielleicht besser ja wie gesagt also ihr bringt jetzt nichts weil ich jetzt immer wieder der der das spiel abstürzt so wieder neu starten ist es ja auch ein bisschen blöd und prost zusammen hallöchen hals aufhören und hallöchen klangkassmann hallöchen auch an die ganzen anderen zuschauern ja in der let's play live show schön dass alle da seid so wie weit ist ein consumer da der consumer denn da so weit oder der consumer keine ahnung was er macht ich eigentlich noch bist du noch am leben oder bist du schon blind oder oder abwesend consumer ist am schlafen sie zumindest nämlich dann alles am schlafen weil nämlich bei ihm die z-symbole sind das heißt er ist nicht am controller hey an die hier an die in der party solch grüßen von klangkassmann hallöchen so ich werde jetzt aus ich fahr mal in richtung consumer bei dem mal wach rütteln lala aber komisch aber komisch wie die internetverbindung jetzt auf einmal wieder urplötzlich bumm wieder schöner ist das ist unfassbar und verging fast mal grüß an alle von franz sie wir machen heute einst wir haben noch viel zu tun bei bei ls 15 bis sich platin habe bei ls ls lightsaber das land gelockt das schenken los santos aber ein schenke es ist ein spiel es ist nicht zu essen lustspielplatz laufschuhe laufschuhe genau laufschuhe 15 warte 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 rätsel ist unglaublich ja das ist total geil bitte nichts verraten sorry ach so ach so ff ok jetzt ja jetzt was ich verrate es nicht was es ist ich weiß es das ist ein spiel ja das ist mir schon klar vielleicht gibt es ja ein spiel das fassaden nun gehe heißt man hilft doch nicht so ein scheiß 11 11 15 was könnte das wohl sein dreimal aufs Raten ich brauche mehr als dreimal du Affe Prozent 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 ich weiß kann zoomer ja alles vfll richtig er kommt da nicht drauf glaube ich nicht also irgendwie normalerweise ja weise weise du bist so ein horst das wollte ich jetzt raten was denn wer denn ja genau das haltet eigentlich von unserer crewfarben und unsere crew aufkläber aber das ist bitte hier copyright banane ja natürlich hier schon mal klargestellt ist was ist halt bei dir beziehungsweise ein stimmen echo ja das kann sein dass man mich gerade gehört hat bei irgendjemand im stream also zum beispiel weil bei daniel bei banane oder bei rené bei mir geht nicht eins von beiden war es ja war ich ich hab mich schon ausgedreht okay mein pc macht keine geräusche was ist denn jetzt mit dem consumer ist er am payment oder war den ruhigler an du kannst ruhig auch sagen ja so weiße piraten arre 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 fahrt ihr denn schon wieder alle lang wie hochfahren wir lang nicht einfach ich fahr einfach die autofahrer lang ja machen wir jetzt pvp oder wie oder was oder woher ja weißt du was die stadt ist einfach ist mir egal was der consumer da macht ja sicher nein es ist richtig schön das teamwork ihr streame ist denkst du nicht das richtige parent macht doch einfach ist act apt bind du dong korrekt erlauben korrekt was das wasser Die Flasche muss weg, die Frauen machen mich fertig. Dein hartes Wasser. Obwohl, ich könnte eigentlich... Warte mal. Nee. Ich hasse Wodka, weil man am Anfang nichts schmeckt. Ohne Scheiß, das war fast wirklich nur noch Wasser über Nacht, bis der Alkohol verdunstet. Verstehe ich nicht. Ja, BVB-Lobby geht los. So. Darum habe ich nichts geschmeckt. Oh mein Gott. Ja, da muss ich Konsumer gleich nochmal melden. Ist ja nicht schlimm. Was denn? Was hast du denn? Nix. Ich bin... Ich finde es schade, das ist eine Alkoholverschwendung. Da ist eine orangene Corvette. What the day is? Der Herr der Neen darf auswählen. Was nimmst du? Das ist jetzt die Frage. Was niedliche Fahrzeugstufen? Was nimmst du? Nimmst du keine Reihe? Nimmst du keine Reihe? Nimmst du keine Reihe? Nimmst du keine Reihe? Jawohl. Skyline, Gold, Raptor. Ich brauche heute da mal bleiben. So. Hast du einen Buick? Hast du einen Buick? Was? Ein Buick? 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 Buick gibt es leider nicht. Buick habe ich nicht. Gibt es auch im Spiel leider nicht. Aber wir werden jetzt, wie gesagt, ein bisschen PvP in der Liga spielen. Es gibt ja ein neues Ligasystem. Es gibt vier Bronzestufen, vier Silberstufen, vier Goldstufen, vier Platinstufen. Da muss man dann aufsteigen mit Punkten. Je nachdem, wie man dann in PvP abschneidet. Und dann kann man sich neue Teile freischalten. Aufkleber, Farben, Felgen und sowas alles. Und so. Dadurch, dass wir in der Crew spielen, werde ich den Raptor nehmen. Der liebe Herr Bananenrot nimmt dann den YOLF. Und der Herr René nimmt dann den schönen Nissan Skyline GTR. Und ich räume das Feld quasi mit dem Raptor von hinten auf. Damit wir wissen, was Sache ist. Und das ist jetzt auch die Blitzgeilerei. Das heißt, da geht es halt darum, dass wir mal eine Schuhe zusammen. Und die anderen versuchen halt natürlich, sich gegenseitig ein bisschen rauszucrashen. Deswegen heißt es ja auch Keilerei. Und das ist übrigens die Karte, die wir vorhin gespielt haben. Oh, wie cool das aussieht, in einer Reihe. An die Zuschauer, ihr werdet noch merken, warum wir so lachen. Ihr werdet es merken. Ich glaube, ich habe zu viel Wodka getrunken. Bin heute früh mit einem leicht russischen Akzent aufgewacht. Ja, da war ich. Sorry. Tschau, BMW. Wir hatten gewesen. Raus mit dem, raus mit ihm, raus mit ihm. Nicht mit mir. Echt? Boah, ihr Knödel, wollte ich gerade sagen. Knödel? Geil, ich mag Knödel. Oh, fuck. Shit. Also, ich räume das Feld immer von hinten auf und die Jungs, die fahren dann vorne weg. Vorne weg fahren. Fahr rein, fahr rein, fahr rein, fahr rein. Ich kriege dich. Mach dich, mach dich alle. Mach dich alle, du Pille. Mach dich alle, du. Ja, Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Ich kann es ja nicht ändern. Ich muss ja erstmal den Skyline jetzt raushauen, den rausnudeln, muss ich den. René ist dann vorbeigefahren? Ja, ich auch. Tschüssikowski, ihr eins. Jawohl, jawohl, der Skyline ist auch vorbeigefahren. Verbindungsproblem? Jetzt geht wieder einer raus. Ja, einer raus oder halt Lexwitch? Mal schauen. Ja, aber Lexwitch bringt demnächst, wenn ich schon drin bin. Die, 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 die. Höfchen. Zwo, eins, und los. Vor allem, wie sie vorbeigefahren sind und einfach nicht mehr hinkommen. Wow, bis der Gedanke ist her. Der hat mir voll den Anstoß geklärt. Zum nächsten. Wie gesagt, ich roll' auf. Ja, René hau den Dings raus, den Blauen. Ich hau den Dings raus. Danke sehr. Wie geil. Sehr schön. So arbeitet man zusammen. Weiter geht's. Trottel fahren alle in die falsche Richtung. Ja, ja. Komm, du mal es jetzt offline. War klar. So, Moment. Ich visier an und dann... Jawohl, ist er draußen. Sehr schön. So, weiter geht's. Aber so arbeitet man zusammen, liebe Zuschauer. Willkommen zur Let's Play Live Show und zur Crew. Ja, dem, der Blitzkeiler reif. The Crew. Die, 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 die. Make love in this club. Oh, schick, Valada. Flexi. Oh, war das knapp. Das war so knapp, dass ich das nicht geschafft habe. Scheiße, wenn sie mal so einen Raptor-Nacken hat, ne? Das wird dann nicht so einfach. Boah, der eine. Gene, 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 gene. Wie er schon, wie er schon vorbei, wie er schon vorbeizieht, ne? Weil der Raptor ihnen entgegenkommt. Shit, ich war vollkommen falsch. Scheiße. Ich häng mich an den Skyline. Das hängt mir vorhin auch passiert. Aber der eine ist schon im Beobachtungsmodus gegangen. Das heißt, nur noch der Skyline ist jetzt irgendwie dabei. Das heißt, der ist ein Affe. Ja. Weil er Schiss hat. Vorsicht, geht weg. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Ja, ja, ja. Boah, sehr schön. Huijuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Der wird wahrscheinlich die Zeit abgelaufen sein, bis der überhaupt hier ist. Oh, sorry, sorry, sorry. Jetzt kann der aber schon abbiegen. Volle Kacke. Egal. Ich hoffe, hat er aber gerade die Punkte nicht gekriegt. Von so an. Nee, von den Punkten her, das holt er nicht mal ein in der Zeit. Nee. Und außerdem fliegt er jetzt weg. Tschau. Soll ich in der nächsten Blitzkeilerei mal meinen Rambock aus? Ja, sicher, natürlich. So, scheiß. Wie bitte, was hast du gesagt? Ich packe bei meiner, in der nächsten Blitzkeilerei, packe ich mal meinen Rambock aus. Ja. Den Rambock hatte ich mir fertig gemacht. Das ist ein Hammer, das liegt zu. Ddddd. Jawohl, sehr schön. Sauber. Was hätte ich die Punkte noch bekommen, um reinzumachen? Sauber. So muss es laufen. Ich bin nass. So muss es laufen, nur nicht an nass. Schüke, move, na wo auch nicht. Jawohl. Unterboss. So muss das gehen. Sehr schön. So spielt man mit Studenten. Prost zusammen. Wollt der King Kong auf die Brust schlagen. Banana. Banana. Wir skylpen nebenbei. Banana. Das tun wir. Genau. Schön. Wir sind fertig. Fertig mit der Welt. Seit elf Uhr. Ja, seit elf Uhr. Wir sind so kaputt sind wir. Wir sind einfach kaputt. Ich hab die Idee. Willkommen zur letzten Live-Show. Ja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freitag Samstag ist immer 20 Uhr. So. Mist, ich hab kein braunes Wasser mehr hier. Verdammt. Man. La 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 la. Oh. Ich freu mich gerade. Der BMW ist noch drin. Was in Vegas passiert? Was in Vegas passiert? Bleib den Vegas, baby. Bleib den Vegas, baby. Die, die, die. Die, die. Also ich nehm den Fokus. Du nimmst den Rammler, hast du gesagt? Was kommt denn? Kommt jetzt Dings wieder oder was? Performance-Blitzgeilerei. Ja, oh, jawoll. Oh, Ferrari. Ne, ich hab kein Performance. Ich hab nur Strafe. Und dann nimm was Performance-mäßiges und er nimmt den Performance-Raptor. Ja, den nehm ich ja sowieso. Der eben. Oh, 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 der Rote ist. Der Rote, pass auf. Der Rote wird so auf die Fresse kriegen. 10259. Mit seinem Performance. Ach. Aber irgendwie... Ja, bei Namen und Rote wählt gerade als Event. Ich hab schon lange gewählt. Warten auf das Ende der Phase. Ist das jetzt echt abgestürzt? Schau mal. Mal gucken. Mal gucken. Die, 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 die. Es sieht förmlich danach aus, als wäre da irgendwie... Die Lobby abgestürzt? Ja, ich glaube auch. Ah, warte mal. Da kommen aber noch welche rein. Kann sein, dass er die Lobby füllt. Uuuuh. Kann sein, dass er die Lobby füllt. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken einfach. Mal kacken. Mal kacken. Mal kacken, Elfin. Genau. Sag mal, geht da eigentlich noch was? Oh, da kommt noch... Da ist jetzt noch einer drin. Fünf, sechs, sieben. Ja, einer müsste noch... Einer müsste noch... Aber trotzdem... Aber trotzdem müsste die Lobby weitergehen. Irgendwie. Mal gucken. Gucken einfach mal. So. Jetzt ist es noch einer rein. Jetzt sind wir zu acht. Mal gucken, ob da was läuft. Nee, jetzt ist einer wieder raus. Jetzt sind wir da raus. Ja, ich glaube nicht, dass er raus ist. Ja, der mit uns mitgefahren ist. Der war ungeduldig. Ich glaube aber nicht, dass hier was passiert noch. Geh mal raus und suchen eine neue. Ja. Ja, so kann es passieren. So ist es so gut gelaufen. Ja. Gut, passiert halt. Ja. Lalalalalalalala. So. Und ihr seid bei mir jetzt unter der Erde. Ja, ist doch klar. Spielen. Öffentlich. Frei für alle. Na gut, werde jetzt auch zocken. Also, bye bye. Vielleicht bis morgen. Ja, mach's gut, Franzi. Schlaf gut. Bis morgen, dann. In der Let's Play Live Show. Man sieht sich. In der Let's Play Live Show. Ja. Hm, 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 hm. Geht das hier noch weiter, du? So, hm, 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 hm. weiter ist nirgendwo hin während es so bin ich aus groß zusammen zum wohne röste schön lasst euch schmecken und willkommen zur let's play live schon zu the crew pvp liegen ja ich darf auswählen was gibt es denn da alles schönes performance war das ne oder oder straße ich schau mal gerade gruß an den schiff straße wo ist der baum der baum der baum ist am schlafen der hat sich unter wasser zum schlafen gelegt den haben wir ja wie gesagt den werden wir den nächsten mal wieder rausholen wie gesagt ist jetzt ja momentan damit im absturz und alles das ist nicht so toll und was denn was macht ihr denn da schon wieder ach so ja den baum ja den nächsten mal wieder raus holen entschuldige ich meine den baum rausholen er draußen gesagt ich bin ich mag bäume ich auch kommen da sind ganz viele bäume Guck mal, Bäume, Bäume, Bäume. Ich bin... Bäume, 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 Flexi, ein Präsident, der wegkickt, das ist Obama im Heli. Ja, Grüße an den Chef, heißt die Blitzkeilerei. So, ihr wisst, was ihr zu tun habt? Gut. Nee, warte. Kenn ich nicht. Versteh ich nicht. Ich auch nicht. Tschau. Mann, Fahr. Wow. Oh, yeah. Nein, der zieht...